Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Happy Wheels und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit Dragon Flight School. Warum auch nicht? Ja, es ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe und ähm, wow. Here, I'm Lore, one of the dragons in the Flight Academy. Press Space and use Error Keys. Wow, 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 was, was, was? Was? Achso, oh, okay. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, hä? Hä? Oh, shoot, shoot. What? What? It's easier than it looks. Ah, to fall than it is to fly, so I always control it isn't with the Space Key. Vor allem, ich komme aber nicht vorwärts, wisst ihr? Achso, man läuft einfach. Achso. Weil ich laufe da dann, wow, 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 what? Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. What? Ich habe es glaube ich doch nicht, ich muss mal ein bisschen Schwung nehmen. Ah, darn it. Oh, oh, ja, der gehört da so dran. Ups. Fangen wir damit nochmal neu an. Ja, aber cooles Level. Wow. Okay. Ah, jetzt. Ah, ja, ah, 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 wow, 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 wow. Wie der Mann fängt loszulaufen. Ups. Psch. Nein, los, Pegasus, flieg. Na, also. Ja, das ist Pegasus. Ups. Was? This is a checkpoint. In order to clear it, you need to fly between the crossbows. Let's practice with this one. Oh, das ist voll hardcore. Los, Pegasus, flieg. Na, also. Yeah. Wow. 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 Los, Pegasus, du schaffst. Oh, ich glaube, ich muss da oben durchfliegen. Kann das sein? What? Ja, egal. Wo ist der sechste? Ah, wo ist der sechste? Oh, da unten, da oben, meine ich. Jetzt komme ich der Sache näher. Wow, wow, wow. What? Ah. Alter, das ist voll. Wow. Ah. Okay, okay, ich glaube, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber, was, man kommt davon nicht zum Ziel. Pssst, aber coole Idee schon mal. War Freeze. Schon wieder? Oh. Ein neues. What? Das war doch keine eine Sekunde. Los, Bernd. Ja, ich weiß immer noch, dass sie Bernd und Simon heißen. Bernd, Achtung. Wow. Bernd. Oh, 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 oh. Passt, passt, Sohn. Das kriegen wir gebacken. Ich verliere so ein bisschen Blut im Moment. Das ist ein wenig angünstig. Oh, Papa, du blutest mir voll ins Auge. Das ist irgendwie mega und, oh. Tschüss. Ja, was auch immer. Neon Survival 2. Jetzt habe ich immer an Survival Games. Ich kriege volles Survival Games zu spielen. Welcome to Neon. Oh, das kenne ich doch schon. Ähm, ja. Nein. Neon Pogo. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich mache erst mal Green World 2. Warum nicht? Wow. Immer diese dramatische Musik am Anfang. Hä? Ist das nicht die von, wenn man Charakter ausrufen soll? Wow. Shoot. Oh. Ah. 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 Okay. Ja, Bernd. Ich würde doch mal sagen. Oh, nein. Ja, Simon. Ich würde doch mal sagen, das funktioniert recht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. 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 Ja. Das ist cool. Aber es geht. Oh. Passt. Passt. Wir fahren ohne weiter. Wir fahren ohne weiter. Nein. Der fast kopflose Bernd. Mit dem Unterschied, dass er nicht fast kopflos ist, sondern irgendwie kopflos. Wow. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Nein, nein, nein. Geradeaus. 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 Wow. Wow. Ich bin hier voll bei der Sache. Nein. Ah. 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 Okay. Ganz gerade. Gechillt fahren. Siehst du, man muss einfach gar nichts dabei machen. Man fährt einfach. Oh nein. Nein, Simon. Geht's dir gut? Ja, klar. Ich werde dir nur gerade mega zerklatscht. Dann würde ich mal sagen, probieren wir das nochmal. Diesmal mit Nordischem Akzent, weil da komme ich dann immer viel besser mit zurecht. Da hätte ich den Bahnfahrer aufnehmen, habe ich euch erzählt. Nee. Oh. Oh. Das ist aber Hamburger Akzent. Den kenne ich. Ach. Akzent. Akzent. Oh. Shoot. Shoot. Bremsen. Bremsen. Vorwärts. Ah. Das probiere ich noch einmal. Das ist cool. Und ich will es weiter schaffen als nur. Wow. Bis zur ersten Sekunde. Tja, Simon, weißt du, es ist gar nicht so einfach, Fahrrad zu fahren, wenn da hinten so ein Ding an der Zeit so ein nerviges Kind drin rumschlabbert. Ich meine, du kannst ja auch mal probieren, aber du, weißt du, ich meine, du blockierst mich dann und dann werde ich verkrampft und dann komme ich auch nicht weiter, weil ich meine, ich will einfach nicht umfallen. Ich meine, hä, das ist doch voll nicht einfach, voll nicht schwierig. Wow. Wow. Ups. Ups. Oh. Jetzt, jetzt gebe ich aber Gas, Dude. Wow. Ups. Stumm. Probieren wir das noch einmal. Oh. Bremsen. Gas geben. Beides auf einmal. Zu kompliziert. Weißt du, Simon, du musst ja einfach nur gerade drüber fahren. Ist gar kein Problem. Wir in Hamburg machen das ständig, ne? Adelheit. Ja. Äh, Simon, ich hole dich dann später aus der Kita wieder ab, ne? Und jetzt ganz gemächlich. Ja, na, na, also. Ich meine, was ist denn da das Problem? Slow down. Slow down. Okay. Slow down. Red wall. Oh, ich hätte da drauf stehen bleiben müssen. Oh, gar nicht. Ich will das schaffen. Ich hab da jetzt so voll die... Das ist scheiße. Ah. Ich war voll nicht gerade. Egal. Passt. Wow. Wow. Au. Ups. Das war mein Arm. Okay, passt. Passt. Das passt. Keine Probleme hier im Haus. In der Hood. Jetzt. Bremsen. Gas geben. Nein. Noch ein elegantes Saalto machen. Wuhu. Ja, weil ich war ja, wie ich in dem Lego Harry Potter Video von gestern oder vorgestern oder so gesagt hab, war ich ja... What? Lange nicht amplizieren. Hab schon ewig kein... Oh, nein. Feuerwehr. Kein Happy Wheels mehr gespielt. Das heißt... Das heißt... Kopf biegt sich mega nach hinten. Passt. Ich könnte hier mal so mega die Stunts machen, während ich hier fahre. Ups. Ja, äh, Simon. Das war doch mal super der Stunt, ne? Bist auch happy, bei mir dabei zu sein. Nein, mein Bein und mein Kopf auch. Deswegen kann ich ja eigentlich, weil es gibt ja einige... Nein. Wow. Wah. Gute Level, hoffe ich mal, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und dann kann ich vielleicht zwei Parts draus machen. Dann lade ich... War ein Jammer, dass ich keine Webcam habe. Ihr würdet euch prächtig über mich amüsieren. Ja, ich hab das mal probiert. Irgendwie das Programm, was von Haus aus bei meiner Webcam dabei ist, immer aufzunehmen, sobald ich aus dem Fenster rausgehe. Oh, tschüss, Simon. Ne, man sieht sich später. Aber sobald ich anfange, ähm, das Fenster zu verlassen, was natürlich mega ungünstig ist. Nein. Deswegen kann ich bis jetzt leider noch keine Webcam aufnehmen, weil ich meine, das geht dann auch mit, ähm, man kann es auch mit Fraps aufnehmen und so. Ich hab mich da schon umgeguckt, keine Sorge, aber... Ja, tschau, Simon, ne? Ähm. Ups. Oh, ohne Helm. Das wird aber gefährlich. Nein. Ah. Yes, endlich. Okay. Slow down. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm. Oh, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, ich hab' Schiss. Ah. Ah. Ein Glück, dass wir hier in Deutschland nicht zensieren müssen. Wow, wow, wow. Ah. Oh, schu. Schu. Wow. Ah. Den Helm an der richtigen Stelle, weil dort braucht man Schutz, Leute. Ups. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Nein, der Helm rutscht weg von der richtigen Stelle. Nein. Yes. Nein. Ach, dummer Sohn, ey. Scheiße. Okay. Äh, ich lass das jetzt mal lieber. Ähm. Green World 3. Warum nicht das? Auf ein neues Sohn. Wow. Feuer Ring. Na, also siehst du, das funktioniert doch schon gleich viel besser. Das sind grüne, flauschige Unterhosen. Ups. Ah. Genau da, wo sie hingehört. Ah. 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 Okay. Okay, geschafft. Wow. Oh. No. Come. Ja, ich kann noch fahren. Noch kann ich fahren. Ah. Yes. Santa's. Nein, erstmal super Speed Jetpack. Ich würde sagen, danach müssen wir auch. What the. Was? Use space. Oh. Wow. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. What? Wie ich das einfach mal geschafft habe. Like. What? Wow. Oh mein Gott. Und da fliegt mein Herz. Also Leute, wow. Santa's Resurrection HD. Ja, weil letztes Jahr war ganz lang her. What? Oh. Fuck. Nein. Definitiv nicht. Aber damit kann ich ja jetzt nicht mein Video enden lassen. Green World 4. Das klingt doch super. Warum nicht? Wow. What the no. Restart. Schneller, 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 schneller. Oh. Bremsen. Ah. Vorwärts. Nein, mein Helm. Mein Helm. Oh mein Helm kann ich hier nichts anfangen. Ah. Oh. 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 Äh. Ja. Ich würde sagen, ich probiere es im nächsten Part von Happy Wheels wieder. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin. Tschö mit Ö. Ich bin ein paar. Oh mein hab acrylic. Ich bin ein paarigo.